Herzlich willkommen, liebe Community. Ich freue mich riesig auf den heutigen Interviewpartner und zwar die liebe Nicole, die sich bereit erklärt hat, mit uns gemeinsam das Thema, ja welches Thema haben wir? Wir haben das Thema Werte, Entscheidung treffen. Wir reden darüber, wie wichtig es ist, seine eigenen Werte auch immer zu leben. Zu jedem Zeitpunkt, egal wie alt man ist. Und heute werden wir gute halbe Stunde dafür Zeit haben, uns darüber auszutauschen. Erstmal herzlich willkommen, liebe Nicole. Schön, dass du heute Zeit hast und mit mir das Thema in der Öffentlichkeit Facebook Live besprichst. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Hallo. Hallo, hallo, liebe Jessie. Ja, danke erstmal für die Einladung. Das finde ich besonders toll, dass ich hier dabei sein darf. Und ja, großartig. Danke, danke. Ja, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, Nicole, dass du Vertriebsprofi sowieso bist, aber auch die Chancen immer wieder nutzt, Menschen nach vorne zu bringen, eigene Teams aufzubauen. Und vor allen Dingen ist es dir sehr, sehr wichtig, die Werte der Menschen auch zu akzeptieren. Ja, und das wird heute unser Thema sein. Bevor wir einsteigen in das Thema, möchte ich mit einem Zitat starten. Und zwar ist das Zitat von Marlon Brando. Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden. Und ich finde, das passt ideal zu unserem Thema heute, oder? Ja, absolut. Das ist so wahr. Wenn du genau weißt, wer du bist und wo du hin willst, dann kann dich einfach niemand überholen, weil wir sind alle so unterschiedlich. Ja, das stimmt. Unterschiedlich sind wir beide uns gar nicht oder ein bisschen vielleicht. Wir wohnen auch nicht weit auseinander. Also Duisburg und Olfen, also gerade Grenze Münsterland, ist nicht so weit voneinander entfernt. Also die Ruhrpott-Mentalität, da sind die Menschen sowieso ein bisschen offener und sind auch zugänglich zu Menschen. Und nehmen die Dinge oftmals nicht ganz so schwer wie manch andere. Aber es geht ja darum, sich selber auch zu wertschätzen. Und da kommen wir gleich auch zur ersten Frage. Welche Entscheidungen waren denn in deinem Leben die wichtigsten? Ja, also kurz zum Thema Ruhrpott. Da bin ich total deiner Meinung. Also wir Ruhrpottler, wir tragen das Herz auf der Zunge. Und das mag ich auch an dieser Mentalität total gerne. Ich liebe das hier einfach und kehre immer wieder gerne hierher zurück. Zum Thema Entscheidungen. Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, welche Entscheidung wirklich die allerwichtigste in meinem Leben war. Und das war echt eine Herausforderung für mich. Bin da mal tief reingegangen und vielleicht erstaunt das jetzt den einen oder anderen, was ich jetzt sage. Weil für mich war damals die absolut wichtigste Entscheidung, auch von meinen Werten her, die Schule abzubrechen. Und das ist, das hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber Schule war nie so mein Ding. Schule, ich fühlte mich, ich bin von den Werten her sehr freiheitsorientiert, sehr selbstbestimmt. Und das sind Werte, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und in der Schule fühlte ich mich total eingeengt, schon immer. Und ich habe damals die Schule abgebrochen und alle haben gedacht, oh Gott, Kind, was machst du nur? Und ich würde es jetzt auch niemandem raten, das zu tun, weil der Weg ist dann deutlich komplizierter, als man ihn gehen könnte. Aber ich hatte damals großes Glück, weil ich bin dann untergekommen in einem Praktikum bei einem befreundeten Vater. Also von einer Freundin, der Vater war das, der war Unternehmensberater und wurde dann zu der Zeit zu meinem Mentor. Und was mich damals extrem erstaunt hat, was mich absolut verblüfft hat, war, dass er damals echt riesen Umsätze gemacht hat. Und er hatte nur einen Hauptschulabschluss. Und ich dachte, wie ist das möglich? Das war so der erste Kontaktpunkt zu, egal wer du bist, egal was du bist, was du gelernt hast, du kannst dein Leben jederzeit verändern und den Weg gehen, den du gehen willst und so erfolgreich sein, wie du erfolgreich sein möchtest. Und ja, so habe ich dann halt dieses Praktikum gemacht. Und das war halt der Punkt, deswegen war das auch die wichtigste Entscheidung, weil wenn ich die Schule zu Ende gemacht hätte, dann hätte ich dieses Praktikum nie gemacht, dann hätte ich halt andere Leute wahrscheinlich kennengelernt. Aber ja, für mich war das einfach ausschlaggebend damals, dass ich da dann kennenlernen konnte, wie meine Werte sind. Und dass ich das sehr, sehr, ja, dass ich das auch kann. Was er konnte, habe ich gedacht, das kannst du auch. Und genau, bin dann da losgestartet und habe mich nach meiner Ausbildung dann auch direkt selbstständig gemacht. Okay, ich sehe gerade so parallel auf unserer Seite, auf unserer Facebook-Seite, irgendwie hängt das Video, es ist gar nicht gestartet. Ich würde mal vorschlagen, ich starte das Ganze nochmal neu. Das ist real life. Für diejenigen, die es vielleicht doch mitbekommen haben, worüber wir jetzt geredet haben, dann hört ihr es einfach nochmal, oder? Wartet einen kleinen Moment, ich starte das Ganze jetzt nochmal neu. Oh mein Gott. Ja, der hat das irgendwie die Verknüpfung nicht gepackt. Gut, dass du es mal gemacht hast. Dass du aufgepasst hast. Ja, ich habe gedacht, warum hängt das die ganze Zeit? Das steht immer noch auf Null. So, auf einer Seite, die du verwaltest. Weiter. So, ich werde jetzt live gehen. Okay. Ja? Ja, da steht Facebook direkt jetzt. Herzlich willkommen nochmal, liebe Community. Vielen Dank, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt, mit uns gemeinsam dieses Live-Interview zu begleiten. Heute habe ich im Interview die liebe Nicole. Liebe Nicole ist Vertriebsprofi und ich freue mich wahnsinnig, mit dir heute auszutauschen über das Thema Werte der Menschen, dass man niemals seine eigenen Werte vergessen darf, ist egal, was man tut, egal, in welcher Lebenslage man ist. Und wir werden unter anderem darüber sprechen, wie das aussieht, im Team die Werte auch der einzelnen Teammitglieder zu beachten, zu erkennen und auch gemeinsam zu leben. Und bevor wir starten, erstmal herzlich willkommen, liebe Nicole, in diesem Interview. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ja, hi Jesse, hi liebe Leute, alle, die zuschauen. Lieben, lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Das freut mich natürlich besonders, dass du mich dazu eingeladen hast. Lieben Dank. Ja, vielen Dank, wie gesagt, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir jetzt mit dem ersten Thema starten, möchte ich mit einem Zitat das Ganze beginnen. Und zwar ist das ein Zitat von Marlon Brando. Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden. Und ich finde, das passt ideal, heute zu dem Thema, dem Thema Werte und auch darauf zu achten, dass man sich selber nicht vergisst. Liebe Nicole, wir sind ja beide aus dem Ruhrpott, also gar nicht so weit voneinander entfernt. Unsere Mentalität ist ähnlich und wir leben das Leben manchmal ein bisschen offener, ein bisschen lockerer, zugänglicher zu anderen Menschen. Und wir nehmen oft die Dinge nicht ganz so ernst. Wie ist es bei dir, Nicole? Also Ruhrpott durch und durch, oder? Hundertprozentig, ja. Wir tragen unser Herz hier auf der Zunge und die Menschen hier sind einfach großartig. Man merkt auch, dass viele Nationalitäten, viele Mentalitäten aufeinanderstoßen und dadurch sind wir einfach viel, viel offener als manche anderen deutschen Gebiete, sage ich mal. Weil so hat jeder seine eigene Mentalität und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier aufwachsen und leben darf. Sehr schön. Nicole, bevor wir jetzt mit unseren Themen starten, was war denn der Beweggrund, warum du dich überhaupt für dieses Interview mit mir gemeinsam entschieden hast? Ach, das war aber nicht abgesprochen. Ich finde das einfach grandios, was du da machst. Also diesen Mehrwert, den Menschen geben über verschiedene Leute. Und ich hatte halt das Gefühl, dass ich da den Leuten wirklich was mitgeben kann, weil mich das damals sehr bewegt hat, als ich herausgefunden habe, wie bewegt mich was. Und ja, da habe ich eigentlich einfach gedacht, dass ich einfach mal mit dir spreche, ob wir da was zusammen starten können, weil, ne, dass die Leute da einfach was für sich mitnehmen können. Und ich glaube, dass ich da ein bisschen was beizutragen habe oder beitragen kann. Genau. Es geht ja immer darum, einen Mehrwert zu liefern. Und der Mehrwert ist jetzt in dem Moment der Community, die Personen, die hier live zuschauen, aber auch die, die sich das Video im Nachgang auf der Internetseite anschauen, im Facebook. Es bleibt ja gespeichert für diejenigen, die vielleicht jetzt nur Kurzzeit haben oder vielleicht noch gar nicht dabei sein konnten. Und starten wir doch einfach mal mit der ersten Frage. Du hast viele Entscheidungen in deinem Leben getroffen. Nicole, was war denn die wichtigste Entscheidung, die du getroffen hast? Ja, gerne. Also dieses Thema Entscheidungen oder die wichtigste Entscheidung, als du mir diese Frage gestellt hast, das hat mich echt ein bisschen beschäftigt. Und ich bin da mal so richtig reingegangen und habe gedacht, puh, das ist aber eine große Herausforderung, diese Entscheidung wirklich festzumachen. Und habe lange überlegt und habe dann aber wirklich festgestellt, dass die wichtigste Entscheidung, und das kommt vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen ungewöhnlich vor oder verrückt, war damals tatsächlich, dass ich meine Schule abgebrochen habe. Also ich bin bis zur 12. Schule gegangen und habe aber gemerkt, dadurch, dass meine Werte Freiheit und Selbstbestimmung sind, sehr, sehr ausgeprägt, dass das gar nicht mehr, dass das passte überhaupt nicht mehr zusammen. Ich fand das alles sehr sinnfrei. Also ich würde jetzt niemandem raten, mir jetzt die Schule abzubrechen, weil wer weiß was. Aber für mich war das einfach eine total richtige Entscheidung, weil ich dadurch, ja, meinen weiteren Weg wurde damit quasi gelegt, weil ich dann diese Zeit genutzt habe, um ein Praktikum bei einem Vater von einer Freundin zu machen. Der war Unternehmensberater und der wurde dann auch zu meinem Mentor und der hatte damals tatsächlich nur einen Hauptschulabschluss. Ja, ich war auf dem Gymnasium und so weiter und ich habe gedacht, wie ist das möglich, dass jemand mit so einem Abschluss so viel Geld verdienen kann und so erfolgreich sein kann. Und in dem Moment wurde mir einfach klar, dass jeder, wirklich jeder das Potenzial hat, wenn er nur will, den Erfolg anzustreben und erfolgreich zu werden, wenn es einen gewissen Antrieb gibt und wenn das einfach passt. Und ja, so habe ich da das Praktikum gemacht und er hat mich da sehr gut durchgeleitet. Und damals, als es zu dem Punkt kam, was möchtest du denn machen, habe ich zu ihm gesagt, ich möchte voll gerne was Soziales machen, weil ich habe ein intrinsisch, bin ich sehr sozial eingestellt. Das ist natürlich viel, sehr entgegengesetzt zu Freiheit und Sozial liegt ziemlich weit auseinander. Und er hat damals zu mir gesagt, da bin ich ihm heute noch sehr dankbar drüber, dass wenn du so etwas Soziales machst, also sprich Sozialarbeiterin wirst oder irgendwie in die Pflege, Krankenhaus, Krankenschwester, schieß mich tot, dann ist das eine brotlose Kunst. Du kannst dich wieder selbstständig machen, du wirst nicht selbstbestimmt sein, du wirst dir nicht die Freiheit erarbeiten können, die du willst. Und das habe ich dann getan und bin dann in die Fotografie gegangen, weil ich gedacht habe, naja gut, da kannst du gutes Geld verdienen, da kannst du dich selbstständig machen und irgendwie passte das. Also damit waren zumindest zwei Werte von drei Werten abgedeckt. Ja, das habe ich dann auch sehr erfolgreich betrieben, habe ein Fotostudio in Duisburg, das läuft aktuell auch noch echt gut und habe dann vor drei Jahren aber gemerkt, wie sehr mich dieser Wert Soziales, ich habe damals Werbefotografie gemacht, das war mal so gar nichts mit Menschen, dann bin ich in die Porträtfotografie gegangen, das war wieder ein bisschen mehr mit Menschen, aber dieses Menschen helfen, Menschen voranbringen, Menschen begleiten, einfach mal dieses Feedback zu bekommen, Danke, dass du mir geholfen hast, dass ich ein Ergebnis bekommen habe, das hat mir total gefehlt. Und ja, vor drei Jahren habe ich dann überlegt, was gibt es noch auf dem Markt, was kann man machen und bin dann vor anderthalb Jahren in meine jetzige Firma gekommen, wo das all diese Werte einfach vereint. Menschen helfen, die Menschen voranbringen, ist ja im Network Marketing einfach so, dass wir Menschen weiterentwickeln, voranbringen, damit die ihre Ziele erreichen und wir miteinander erfolgreich werden. Das begeistert mich total und diese Werte Freiheit, Selbstbestimmung, die habe ich damit auch abgedeckt. Und als mir das klar geworden ist, das war einfach unglaublich. Dadurch entwickelt sich einfach so ein persönliches Momentum, weil du kannst dann Ziele setzen, du weißt genau, okay, da kann die Reise hingehen und da werde ich dann auch glücklich, weil ich meine Werte verfolge und nicht ein Wert einfach mal abgeknickt wird. Das heißt also, man muss sich erst dessen bewusst sein, was für Werte verfolgt man oder möchte man verfolgen, seiner Ziele bewusst sein, so wie du das so schön gesagt hast und dann wirklich aus seiner Komfortzone rauskommen, den Mut haben, diesen Schritt zu gehen. Und wenn wir uns selber vor Augen halten, dass wir uns in der Persönlichkeit entwickeln wollen, als Beispiel, mit unseren Glaubenssätzen, mit unseren Werten gemeinsam etwas erreichen, dann sind wir auf dem richtigen Weg, wenn wir diesen ersten Schritt gehen. Und oft ist der erste Schritt ja der Schritt, der am schwierigsten ist, oder Nicole? Ja, der ist aber die größte Herausforderung. Weil wir Menschen fangen ja nicht so gerne etwas Neues an. Das ist das Schwierigste für uns, uns auf neue Dinge einzustellen. Wobei ich sagen muss, ich bin so ein absoluter Scanner-Typ. Also ich finde alles mega interessant. Das ist auch ein großer Nachteil. Ich kann von allem irgendetwas. Hier ein bisschen das, 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 das. Und dadurch habe ich halt ein unglaublich breites Spektrum. Aber das war bei mir dann auch irgendwie so, ja, was will ich denn jetzt überhaupt? Was macht denn jetzt Sinn? Und das war für mich echt eine große Herausforderung, da dann eine Entscheidung zu treffen. Okay, das ist es jetzt. Und da werde ich jetzt nochmal Professional. Und da orientiere ich mich einfach nochmal um. Und ja, da brauchte ich einfach meine Werte ganz klar, um zu sagen, ja, das ist es jetzt. Und wenn ich diesen Weg gehe, dann passt es auch intrinsisch bei mir. Okay. Es ist ja im Endeffekt so, dass wir, und da kommen wir schon zum nächsten Thema, und das starte ich auch wieder mit einem Zitat. Im Grunde sind es doch die Verbindung mit Menschen, die dem Leben einen Wert geben. Das ist ein Zitat, das mich unwahrscheinlich berührt hat. Und im Endeffekt ist es ja wichtig, die Werte der Menschen auch zu akzeptieren, aber auch die Werte zu erkennen, aus der Persönlichkeit raus, aus dem, was da alles dazu gehört. Und da sind wir bei dem Thema Teamwork, Teamaufbau. Warum ist das für dich wichtig, dass man die Werte der eigenen Berater im Team kennt und akzeptiert? Ja, also in erster Linie denke ich, dass gerade wenn du die Werte kennst, dann kannst du auch ganz schnell das Warum ableiten. Und nur wenn ich das Warum des Teampartners kenne, kann ich meinen Teampartner auch dahin leiten, wo er hin möchte. Sonst hat das überhaupt keinen Wert. Wenn ich ihn an den Nordpol führe, obwohl er in die Karibik will, dann passt es einfach nicht. Und das ist so wichtig, weil wenn ich den Leuten erkläre, dass sie richtig gutes Geld verdienen können, wenn sie mal die Dinge tun, die sie tun müssen, er aber eigentlich nur oder sie einfach nur helfen möchte, Menschen mehr Lebensqualität zu geben, dann kann ich niemanden hinterm Ofen herholen, weil das funktioniert einfach nicht. Und es funktioniert einfach nur, wenn ich die Person dann wirklich kenne, mit den Werten. Und das kann man natürlich über gute Gespräche. Und da bin ich halt immer der Meinung, dass persönlicher Kontakt, persönliche Gespräche da das A und O sind, sich zusammensetzen, auch überlegen und besprechen, was ist dir wichtig. Das ist ja im Network Marketing geht es ja nicht um pure Produktverkäufe, sondern es geht einfach um die Menschen dahinter. Und wenn wir es schaffen, da gute, man verbindet miteinander. Hallo? Okay. Wir haben ja eine gute Internetverbindungsstörung, aber machen wir einfach weiter, weil das ergibt sich in der Regel ganz schnell wieder. Ja, genau. In Zoom unterwegs, denke ich mir mal, und Facebook. Genau, genau. Okay. Also wenn wir jetzt über die Werte sprechen, erkläre doch mal der Community, was für Werte speziell wichtig sind, um im Team überhaupt arbeiten zu können. Was ist dir persönlich wichtig bei deinen Teamberatern an Werten? Ja, also in erster Linie natürlich Hilfsbereitschaft. Also wenn die Leute anderen Menschen helfen wollen, dann haben wir da eine perfekte Grundlage einfach geschaffen, weil ich sage mal, Verkauf in Anführungszeichen ist ja nichts anderes, als anderen Menschen zu helfen, einen Mehrwert zu geben. Und das ist ja so verquer bei vielen Menschen im Kopf, dass sie denken, ach ja, dann muss ich da irgendwas verkaufen oder was auch immer. Nein, wir bieten, wir bringen Mehrwert in den Markt und dafür werden wir bezahlt. Das ist ein Riesenunterschied im Mindshift einfach. Und da ist das Thema Helfen natürlich extrem wichtig, weil wenn ich anderen Menschen helfen möchte, dann passt das auch insgesamt mit dem Thema Verkauf, weil man den Leuten das beibringen kann, dass es nicht Verkauf ist, sondern wir helfen den Menschen. Also das ist für mich so ein ganz wichtiger Faktor und vor allen Dingen auch, ich sage mal, dass das Thema Selbstbestimmung an sich finde ich immer wichtig, weil wenn die Leute diesen Wert nicht leben, dann sind sie selten motiviert dazu, etwas für sich zu erreichen. Also da, und da gibt es natürlich noch ganz viele andere Werte, die man einbringen kann, aber das sind für mich so zwei Hauptwerte, für mich ja auch im Team, wo ich sagen muss, okay, das ist wichtig und dann harmoniert das Team auch. Wobei ich immer der Meinung bin, man braucht auch unterschiedliche Typen mal, um das Team voranzubringen, weil nur so bekommt man neue Ideen, nur so kommt man im Team auch wirklich voran. Richtig, also voranzukommen heißt ja auch, dass man sich von anderen nicht beeinflussen lässt, oder? Ja, genau. Welche Geschichten hast du da schon in der Vergangenheit erlebt und was ist dir da besonders wichtig? Worauf sollte die Community im Teamaufbau und auch in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung achten? Also was von außen kommt, die Beeinflussung von außen. Man sagt ja auch Manipulation. Es gibt ja positive Manipulation, NLP kennen wir alle, Auszüge daraus. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass man seinen eigenen Weg geht und sich nicht manipulieren lässt. Genau. Was ist da für dich besonders wichtig? Also ganz ehrlich ist da das Aller, Aller, Allerwichtigste, dass die Menschen genau wissen, wohin sie wollen. Dass sie wieder Träume haben, dass sie wieder Wünsche haben und wissen, wo will ich hin? Weil wenn das stimmt, dann hält dich niemand mehr auf. Dann weißt du genau, das funktioniert und ich bleib dran und ich bleib dran und ich bleib dran und dann kann der Nachbar noch mal zehnmal sagen, das ist alles Käse und das ist ein Schneeballsystem oder ein Pyramidensystem oder keine Ahnung, Verkaufen ist Kacke. Da haben wir ja gerade schon drüber geredet. Wenn du weißt, wohin du willst, dann schaffst du das auch und jeder, jeder, da bin ich einfach von überzeugt, jeder kann alles schaffen, was er will oder was sie will, weil es liegt nur hier an unseren Gedanken, an unserem Kopf, dass wir uns das nicht zutrauen, das zu schaffen. Ja, das ist ja immer so im Leben, wir ziehen die Menschen an, die zu einem passen, die zu uns passen. Oft ist es sehr interessant, gerade im Network Marketing, die Personen anzusprechen und ins Team zu holen, die ganz andere Persönlichkeitstypen sind. Das belebt das ganze Geschäft, es macht das Team erstmal richtig rund, weil verschiedene Kompetenzen auch aufeinandertreffen, verschiedene Persönlichkeiten, aber im Endeffekt ziehen wir ja die Menschen an und ich habe das in der Vergangenheit sehr spannend erleben dürfen, bei größeren Teams, es sind immer wieder Personen dabei, die so im Laufe der Zeit, nach Monaten, vielleicht auch sogar nach Jahren, die eigene Persönlichkeit so ein bisschen anpassen und vielleicht auch so eine kleine, ja Kopie will ich nicht sagen, aber so Vorbildfunktionen für sich annehmen von ihrem Sponsor und dann so ähnlich werden wie der Sponsor. Das ist ja auch Manipulation. Also wenn ich mit Menschen zusammen bin und dann Einfluss habe und die Bereitschaft da ist, dass ich Einfluss nehmen kann, das ist ja die Grundlage dafür, dann manipuliere ich natürlich in dem Moment und ich finde, das Wort Manipulation ist einfach negativ behaftet und für mich gibt es aber durchaus positive Aspekte daraus, oder? Ja, total. Also es ist ja auch Führungsarbeit, die da hinter steckt und ich glaube, jeder möchte ja ein entspannteres und glücklicheres Leben führen und da sind wir dann wieder bei Menschen, die den Erfolg haben, den man haben möchte, den man selbst haben möchte und da orientiere ich mich natürlich an Personen, die da sind, wo ich hin möchte und lerne von denen und ich sage mal, Modeling of Excellence in Anführungszeichen gibt es ja nicht erst seit gestern, da wirklich zu sagen, okay, das funktioniert bei ihm oder bei ihr, das probiere ich mal ganz ähnlich, gestern noch bei einer Teampartnerin erlebt, also das ist einfach total cool und es hat auch funktioniert und das ist, wir suchen uns ja den Erfolg und da geht es gar nicht darum, dass es ein Abklatsch der eigenen Person wird, sondern es geht darum, erfolgreiche Methoden zu nehmen und auf sich selbst anzuwenden, die dann vielleicht im Wording ähnlich sind, die vielleicht auch in der Tonalität ähnlich sind, aber trotzdem musst du deine eigene Persönlichkeit bleiben und sodass man parallel läuft, aber wirklich nicht zu einer Person wird, weil das ist dann nicht mehr authentisch. Genau, das Thema authentisch sein ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, gut, dass du das sagst, Nicole. Also im Endeffekt geht es darum, Menschen mit Ecken und Kanten sind uns am liebsten, oder? Ja. Wir können davon profitieren, wir lernen jeden Tag dazu und es ist ja ganz einfach auch so, dass die Menschen, die bei uns im Team sind beziehungsweise mit uns in Verbindung sind, da uns bereichern. Also jeder Mensch bringt ja etwas mit und wir können immer voneinander lernen. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar möchte ich das auch wieder starten mit einem Zitat. Ich mache mir immer wieder Vorwürfe, dass meine Malerei nicht wert ist, was sie kostet. Das hat Vincent van Gogh gesagt. Und das ist doch ein ganz, ganz interessanter Punkt, eine so Berühmtheit mit so einem Zitat. Also das geht bei mir runter wie Öl, weil im Endeffekt geht es doch darum, dass wir alle, wir alle darauf vertrauen, was wir wert sind. Und die Werte einfach und die Regeln, die wir für uns aufgestellt haben, diese auch leben. Warum ist es wichtig, eigene Regeln zu haben, Nicole? Weil ich davon überzeugt bin, wenn man sich eigene Regeln setzt und sich daran hält, das fängt mit Arbeitsmethodiken an, die man über den Tag macht und sich diese Versprechen immer wieder selbst einlöst, dass man dann einfach eine absolute innerliche Wertsteigerung fühlt. Also wenn ich mir immer etwas selber verspreche und dann halte ich es nicht ein, dann fühle ich mich am Ende des Tages schlecht. Und deswegen sage ich immer, arbeitet lieber mit kleinen Happen, dass du sagst, heute mache ich eine Sache und am Ende des Tages hast du die erledigt. Das kommt ja hier nicht darauf an, wie schnell und wie viel du pro Tag machst, sondern wirklich, dass du täglich ein bisschen daran arbeitest für den Erfolg. Das ist so das Prinzip der Minimalkonstanz, wo ich sage, das bringt dich viel, viel weiter, als wenn du einen Tag ganz viel machst und am nächsten Tag oder die nächsten drei Wochen nichts mehr, weil dann kommst du total aus dem Tritt. Und deswegen auch da für jeden immer täglich die Chance nutzen, eine Kleinigkeit zu tun, um am Ende des Tages stolz ins Bett zu gehen und zu sagen, ja, ich habe heute wieder eine Kleinigkeit gemacht, weil es gibt einfach viele Menschen, die nebenberuflich sind und da passt es auch zeitlich oft nicht, mehr zu machen. Und das ist auch völlig in Ordnung, aber dass man wirklich sagt, okay, ich mache zumindest einen Kontakt, ich mache zumindest eine Ansprache, ich mache zumindest einen Erfahrungsbericht bei Tante Olga, was weiß ich, damit ich da einfach an meinem Selbstwert arbeite, weil ich merke dann, ich bin das wert, weil ich tue es ja. Also das ist einfach eine eigene Selbstwertsteigerung. Ja, das ist ja schön. Ich liebe diese Wortspiele, selbstwert, sich selbst wert sein oder die Wertschätzung an sich selber, sich selbst wert schätzen, also das schätzen, was man selbst hat. Also im Endeffekt ist das immer wieder schön, sich selbst auch zu lieben. Ja. Nicole, das ist ja, du gehst also positiv ins Bett und klopfst sie quasi auf die eigene Schulter. Ja. Und dann auch zu sagen, der Tag hat was gebracht, auch wenn er jetzt nicht den Erfolg auf dem Papier hatte, sondern einfach, du hast Menschen getroffen, du hast deine Aktivitäten umgesetzt, die du umsetzen wolltest. Manchmal schaffen wir es auch nicht, alles umzusetzen, dann geht das halt auf den nächsten Tag. Also man hat ja immer eine To-Do-Liste und wenn die immer fertig wäre, naja, da müssen wir mal neu eine erfinden. Also es macht durchaus mal Sinn, das eine auf den anderen Tag zu verlegen, passend zu verlegen natürlich. Aber wie startest du den Tag? Was kannst du der Community mit auf den Weg geben, um den Tag auch positiv zu starten? Ja, wie starte ich den Tag? Ein bisschen chaotisch, weil da habe ich, da muss ich sagen, ja, weil ich starte meinen Tag klar mit einer ganz normalen morgendlichen Routine, nämlich etwas Leckeres zu trinken und dann gehe ich mit dem Hund. Und wenn ich mit dem Hund gehe, kommt es wirklich immer darauf an, ob meine Frau mitkommt oder nicht. Wenn meine Frau mitkommt, dann reden wir so über den Tag, was passieren wird und wie wir den Tag planen. Und wenn ich alleine gehe, dann mache ich immer Bildung. Also ich mache immer auf meinem Handy irgendwas, was mich über den Tag weiterbringt, sei es im Thema Marketing, sei es im Thema Verkauf oder halt auch so mentale Mindset-Arbeit. Das mache ich mir dann auf die Ohren, wenn ich mit dem Hund gehe und dann habe ich schon mal eine halbe Stunde. Also das ist wirklich immer sehr flexibel. Ich weiß, dass viele Menschen sagen, man braucht eine Morgenroutine, um den Tag gut zu starten. Das ist persönlich nicht so mein Fall, weil das würde mich wieder total aus meiner Selbstbestimmung rausbringen. Ich mag keine Zwänge. Das ist so gar nicht mein Fall. Und deswegen mag ich sowas auch gar nicht so planen. Ja. Jetzt komme ich so auf die Idee, liebe Community da draußen, bitte seid doch so lieb und schreibt mir eure Morgenroutine auf, wie ihr positiv in den Start startet. Das ist super spannend. Und wir machen das am besten so, dass wir in den Kommentaren im Anschluss noch mal Tipps geben zu den Hörbüchern und Weiterbildungen, die wir so für wichtig erachten, die einen ja doch auf den Tag über begleiten, weil Hörbücher ist auch mein Favorite. Ich weiß gar nicht, wie viele ich schon habe. Also ich habe so ein Audible-Abo und da wird man ja immer Neuesten, mit den Neuesten auch versorgt. Das ist sehr, sehr spannend. Und sich weiterzubilden, jeden Tag dazuzulernen, ist also der Appell an alle, die uns zuschauen und niemals aufzugeben, weil das Gehirn entwickelt sich immer weiter und wir können dafür tun, dass wir geistig mit 100 immer noch richtig gut fit sind, oder? Auf jeden Fall. Mein Plan ist ja, 113 zu werden. Also man muss natürlich nicht Schach spielen, sondern Hörbücher hören, wird das schon fast zureichen. Okay, das wäre jetzt so weit, da in die Gehirnforschung zu gehen, wie das Gehirn fit bleibt. Aber ich denke mal, wir werden schon verstanden, wie das jetzt gemeint ist. Okay, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben also jetzt noch ein paar Minuten, um auch mit dem nächsten Thema zu starten. Und das auch wieder mit einem Zitat. Der Weise fragt nicht, ob man ihn auch ehrt. Nur er allein bestimmt sich seinen Wert. Das hat Johann Gottfried Solme gesagt. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, die Weisheit, sich selber wertzuschätzen und darüber reden, wie man über sich hinauswächst. Wie funktioniert das? Was hast du da für die Community für einen Tipp mitgebracht? Wie hast du das bei dir selber erlebt, über dich hinauszuwachsen? Also, da möchte ich euch gerne mal so eine kurze Geschichte erzählen. Denn gerade zum Thema Selbstwert hatte ich immer Riesenprobleme. Riesenprobleme, weil ich immer das Gefühl hatte, nicht genug zu sein. Wahrscheinlich kennt das der eine oder andere. Und das beschäftigt mich heute teilweise noch. Also ich glaube, das ist auch so ein Frauenthema. So ein klassisches, während Männer irgendwie die Burg stürmen oder die können teilweise, ich habe das Gefühl, die können nichts und verkaufen alles und sich selber unglaublich gut. Das ist mir immer echt ein Rätsel. Also das finde ich auch vorbildlich, weil ich versuche dann immer zu verstehen, wie funktioniert das? Und ich hatte da echt ein Riesenthema mit und habe da ganz, ganz lange in meinem Mindset wirklich mitgearbeitet. da tatsächlich noch im Bereich Fotografie, weil ich mich absolut immer unterm Wert verkauft hatte. Und da habe ich wirklich dann irgendwann, ich sage mal, den Arsch in der Hose gehabt, um zu sagen, so, ich gehe jetzt mal ins Hochpreissegment und schaue mal, was passiert. Weil das bin ich auch wert. Und das erspart einem jede Menge Arbeit, weil wenn ich einen Job mache im Hochpreissegment, dann mache ich im Gegensatz zum Mittelpreissegment vielleicht fünf Jobs. Da kannst du schon sehen, was für eine Zeitersparnis man hat, wenn man nur einen Job macht und den einfach qualitativ hochwertiger umsetzen kann. Und das hat echt was auch mit Angst und Ängste überwinden zu tun. und auch wirklich mit Mindset-Arbeit sich selber wert zu sein. Und das ist halt auch, also da war das wirklich so, da musste ich über mich hinauswachsen und sagen, okay, ich mache das mal. Ich setze das mal um und gucke, was passiert. Und es funktioniert auch, wenn man eine gute Dienstleistung hat. dann kann man da auch den nächsten Schritt gehen. Und ansonsten ist das so, ich wachse immer da über mich hinaus, wenn es darum geht, andere Leute wirklich voranzubringen. Also es war damals im Sport schon so. Ich habe Fußball gespielt jahrelang und habe Mannschaften trainiert. Und da war es wirklich so, ich bin so ein Siegertyp. Ich will unbedingt gewinnen. Und das hat dem einen oder anderen vielleicht nicht gefallen, weil ich will dann auch echt mit dem Kopf durch die Wand und will gewinnen. Also ich bin, ich habe Lust zu gewinnen einfach. Ich habe, das ist sowieso das Beste. Gewinnen ist das Beste. Und da sind halt ganz, ganz oft Situationen entstanden. Gerade im Sport passiert das ja, dass du über dich hinaus wächst, dass du die Mannschaft nochmal mitnimmst und nochmal mitreißt und sagst, wir schaffen das und komme, was wolle. Wir drehen das Spiel jetzt um oder wir hauen denen noch die Bude voll, weil wir das drauf haben. Und das hat was mit Motivation zu tun, dass man die Leute gut motivieren kann und dass man auch einen Glauben in den Leuten entfachen kann. Und das ist nur möglich, wenn du den Glauben in dir selbst hast. Wenn du selber nicht dran glaubst, dann funktioniert das nicht. Dann kannst du das auch nicht übertragen. Aber wenn du selbst daran glaubst, dieses Ziel zu erreichen, dann kannst du auch andere damit anzünden. Und das sind Situationen, wo ich dann über mich hinauswachse, weil ich so fest daran glaube, dass es funktioniert, dass ich dann Menschen mitnehme auf die Reise und die alles dafür geben, dass es auch funktionieren wird. Ja, der Glaube an sich ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank, dass du das sagst. Also es geht ja darum, seine eigenen Ängste zu überwinden. Und wir sind ja alle mit unseren Ängsten ständig konfrontiert. Und es gibt nur eine Möglichkeit, diese Angst zu überwinden, nämlich sie positiv umzuwandeln und das zu tun, was uns glücklich macht. Und oft ist das ja so, gerade wenn wir im Vertrieb unterwegs sind, mit Frauen auch unterwegs sind, das ist ja in erster Linie auch ein Women-Business, gerade Direktvertrieb, sind sehr, sehr viele Frauen. Und da geht es ja auch um Anerkennung. So, und die Anerkennung bringt uns einfach weiter. Und wenn wir für uns selber aber eine Angst haben, die Angst, abgelehnt zu werden, die Angst vor dem Nein, kann das auch ein Motivator sein. Und dieser Motivator ist, dagegen anzukämpfen. Ich kann das aus eigener Erfahrung euch nur ans Herz legen. Ich war im Teenie-Alter, sowas von schüchtern. Ich habe mich hinter Mama versteckt. Und dann gab es die ersten Öffentlichkeitsaktionen, wo ich vor Hunderten von Menschen Orgel spielen musste und habe dann Schweiß gebadet. Ich habe nichts mehr gespürt. Ich konnte auch vorher nicht essen. Ich war wie, ja, motorisiert, sage ich mal. Ich weiß auch gar nicht mehr, was drumherum alles passiert ist. Aber ich habe es durchgezogen. Und das Woche für Woche über einen längeren Zeitraum, nämlich acht Jahre lang, jedes Wochenende. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dadurch die Schüchternheit abgebaut wird. Also, regelmäßig daran arbeiten, aus seinen Ängsten heraus, das Beste zu machen, diese Glaubenssätze, die wir mitbekommen haben, das schaffst du nicht oder das ist nichts für dich, einfach beiseite zu stellen. Wenn ihr wisst, was ihr wollt, wo ihr hinwollt, macht euch ein Vision Board oder ist egal, wie ihr es aufsetzt, seid euch bewusst, wo die Reise hingeht und ihr werdet es schaffen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielen, vielen Dank, Nicole, für dieses Announcement, für das, was du uns noch mal an Gedanken gebracht hast zu diesem Thema. Ich finde das sehr, sehr spannend und ich glaube, wir haben da einige Menschen mit erreicht, oder? Ich hoffe. Ich fand deinen Abschluss jetzt auch grandios. Echt. Eine geile Story und wie du es... Toll, Dankeschön. Ja, gerne. Also es ist immer noch ein Gänsehaut-Moment. Ich bin jeden Morgen fast ohnmächtig gewesen, weil ich Angst vor vielen Dingen hatte. Ich hatte Angst vor einer Chefin, die ich damals hatte, habe Kreislaufzusammenbrüche bekommen und jetzt stehe ich auf Bühnen mit Hunderten von Menschen. Also mein Ziel ist es ja, irgendwann die Riesenbühne zu betreten und vor allen Dingen möchte ich Menschen inspirieren. Und dieses Interview ist schon der richtige Weg, die Inspiration auch hinzubekommen. Deswegen bitte ich euch, das Video zu teilen, wenn ihr jemanden kennt, der genauso inspiriert werden möchte, nämlich von den Themen Kenne deine Werte, schätze dich selber, liebe dich selber. Das ist also ein ganz, ganz spannendes Thema. Vielen, vielen Dank, Nicole, dass du das so vorbereitet hast und heute die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir für die Einladung. Es war grandios. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja, das glaube ich. Das merkt man auch. Also du lebst auch deinen Job. Also einerseits die Fotografie, aber andererseits auch das Network und Menschen zu helfen. Wir haben ja alle so ein bisschen Schwesternhäubchen. Und dieses Schwesternhäubchen, anderen Menschen zu helfen, ist unser Motivator, oder? Ja, unbedingt, unbedingt. Möchtest du der Community noch einen Wunsch mit auf den Weg geben zum Abschluss? Total gerne. Total gerne. Also ein Wunsch natürlich, dass ihr all eure Träume und Wünsche erreicht, die ihr euch vorgenommen habt. Und vor allem die Sicherheit, dass es möglich ist. Also nie eure Träume aufgeben, nie eure Wünsche aufgeben. Immer dranbleiben, immer weitermachen. Ich sage immer, wenn es zwölf Jahre dauert, so what, weißt du? Immer weitermachen, weitermachen, weitermachen. Lernen, 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 lernen. Und bereit sein, aus der Komfortzone zu gehen und die Angst einfach zu überwinden, mutig zu sein für die Wünsche und Träume, die ihr im Inneren habt. Und einfach nach euren Werten leben, damit ihr dann am Ende der Straße nicht denkt, oh scheiße, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Das funktioniert dann nämlich nicht. Also findet eure Werte heraus, schaut, wo die Reise hingehen soll und schaut, ob ihr gerade den richtigen Weg dahin geht. Und wenn ja, dann gebt Vollgas und ja, gebt für eure Träume und Wünsche. Genau. Träume hat jeder. Wünsche sollte jeder haben. Ziele kann man sich selbst definieren. Hundertprozentig. Die Formel dazu kennen wir alle. Smart ist die einfachste Formel, um sich Ziele zu definieren. Da gehen wir jetzt heute nicht mehr drauf ein. Das wäre dann in einem Training mit uns beide. Wir haben ja auch vor, für die Zukunft gemeinsame Trainings zu geben. Nicht nur im Bereich Social Media, sondern auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Da freue ich mich schon mega drauf. Und wir werden einfach das Ganze rocken und das machen, was uns Spaß macht. Und vor allen Dingen immer daran denken, dass wir euch, liebe Community, viel auch mitgeben. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich möchte das Ganze natürlich abschließen mit einem Zitat. Das Zitat ist, nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht es gut, bleibt gesund, seid glücklich und dankbar vor allem für alles, was ihr schon geschafft habt. Denn ihr seid es wert. Und bis bald. Macht's gut. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Tschüss. Ciao.